Wir sind eine Trainingsgruppe und eine Gemeinschaft von vielen ambitionierten Bogensportlern, die sich damit beschäftigen, den Bogensport in seiner Leidenschaft zu genießen und mit den Menschen, die Sehbehinderungen haben, blind Bogenschießen veranstalten oder auch ganz normale allgemeine Behinderung haben. Die blinden und sehschwachen Sportler haben bei den Deutschen Meisterschaften die Medaillen mit nach Hause genommen. Aber um zu gewinnen, muss man hart trainieren. Und das tun die Bogensportler. Raus aus dem Fenster. Wir sollten den Preis gewinnen, weil wir ein super tolles Team sind. Wenn auch Sie der Meinung sind, dass der Bogensportclub BB Berlin den Amateursportpreis verdient hat, dann stimmen Sie jetzt ab für die Bogenschütten. Wir sind die TSG Steglitz und wir machen Ton. Was zwingt man jetzt hier noch?